Also meine Lieblingsszene, würde ich sagen, ist die Szene zwischen Ehefrau und Freund unter dem Apfelbaum. Man sieht in dieser Szene ganz deutlich die Einsamkeit der Figuren. Ganz lustig war ja, dass diese Szene überhaupt gar nicht im Drehbuch stand. Das Problem hatten wir, als wir die Märchenszene aufgenommen hatten und zwei Tage später hatten wir festgestellt, es gab leider einen Kamera- und Kassettenfehler. Diese Szene muss irgendwie nochmal neu gemacht werden. Und dann hat der Roland sich hingesetzt und hat diese Szene neu geschrieben. Und ja, das ist eben daraus geworden. Also eigentlich ist es nicht intendiert gewesen, aber dadurch, meiner Meinung nach, hätten wir diesen Kamerafehler nicht gehabt, würde dem Film eine sehr, sehr schöne und berührende Szene fehlen. Sicherlich war es schwierig, dass man innerhalb einer kurzen Zeit sich auf die eigene Rolle vorbereitet hat und gleichzeitig aber noch für den ganzen Drehplan und für die Einteilung der Schauspieler und die Organisation der Drehorte und des ganzen Equipments und so weiter. Das Wichtigste ist, dass man alles mit Freude tut. Also wenn man wirklich verschiedene Aufgaben gleichzeitig hat und es mit ganzem Herzen voller Leidenschaft sich wirklich hineinbegibt und es tut, dann ist sehr, sehr viel mehr möglich, als man sich selbst wirklich eingesteht und man sich selbst vielleicht auch zutraut. Es gibt sehr, sehr viele Alternativen, wie der Film denn letztendlich endet und das bleibt dem Zuschauer natürlich selber überlassen. Das ist ja auch das Schöne an diesem Film. Der Mann sieht einfach nochmal oder er blickt auf sein Leben zurück und zwar eben nicht gefangen in seiner Matrix, sondern von außen. Um losgelöst von den gesellschaftlichen Normen auch noch wirklich mal zu sehen, seinen Weg zu sehen und was er daraus zieht für seinen Sinn des Lebens. Das ist ja auch das Schöne an diesem Film.